Eine der größten Herausforderungen bei der Prävention ist das Unbekannte. Was meine ich damit? Wie ja im vorherigen Video vermittelt wurde, bezieht sich die Prävention auf vorbeugende Maßnahmen. Je besser ich weiß, was mich erwarten kann, desto besser kann ich auch die Vorsorgestrategien und Maßnahmen darauf abstimmen. Aber was ist, wenn ich gar nicht weiß, was mich erwarten kann? Wie kann man das Ungewisse trotzdem in eine nachhaltige Prävention einbinden? Nun, das Unbekannte kann sich auf ganz verschiedene Bereiche beziehen. Es mag gut sein, dass die betroffenen oder involvierten Personen mit der erfahrenen Ausprägung einer Naturkatastrophe noch keine Erfahrung hatten. Dies mag daran liegen, dass beispielsweise Verantwortungen innerhalb einer Institution neu zugewiesen wurden und die neu betrauten Personen aber keine Erfahrung in dem relevanten Bereich haben. Oder, dass die Neubaugebieten Personen aus ganz anderen Regionen übersiedeln und dadurch keinerlei lokale Kenntnis besitzen. Bekannte Naturgefahrenprozesse. Es mag gut sein, dass zwar die Typen der Naturgefahren bekannt sind, jedoch die erfahrene Magnitude oder Intensität in dem betroffenen Raum noch nie erlebt wurde. Dies wird häufig auch unter dem Begriff der Extremereignisse verstanden. Und deshalb erscheint es als unbekannt. Neue Naturgefahrenprozesse. Es mag gut sein, dass eine Region zwar schon viele verschiedene Naturgefahren erlebt hat, dadurch gut kennt und sehr gut darauf vorbereitet ist, zum Beispiel eine jährlich wiederkehrende Überschwemmung. Jedoch treten in vielen Regionen plötzlich Prozesse auf, die so noch nie erlebt wurden. Ein Beispiel sind die pluvialen Überschwemmungen oder auch Sturzfluten, die in den letzten Jahren vermehrt auch in Regionen auftreten, die solchen Prozessen nach bisherigen Kenntnissen noch nie ausgesetzt waren. Und deshalb erscheint es als unbekannt. Modifizierte Naturgefahrenprozesse. Es mag gut sein, dass der Mensch durch seine Aktivitäten in der Umwelt so massiv in die Zusammenhänge und Wechselwirkungen eingreift, dass eigentlich normal ablaufende natürliche Prozesse plötzlich in einer noch nie dagewesenen Form ablaufen. Beispielsweise löst nach einer Entwaldung eines Einzugsgebietes einen Niederschlag, der vor der Rodung durch Weißachspeicherkapazität des Walders keine Überschwemmung initiieren konnte, nun nach der Rodung durch den Wegfall dieser Speicherung eine schwere Überschwemmung aus. Das identische Niederschlagsereignis führt durch den stark erhöhten Oberflächenabfluss im Einzugsgebiet zu einer immensen Abflussspitze im Fluss und dadurch zu bisher noch nicht erlebten Auswirkungen. Und deshalb erscheint es als unbekannt. Initiierte Naturgefahrenprozesse. Es mag gut sein, dass der Mensch durch seine Tätigkeiten so sehr in die Natur eingreift, dass durch ihn Naturgefahren ausgelöst werden. Beispielsweise gibt es in vielen Bergbauregionen der Erde gehäuft Erdbeben, die unter anderem dadurch entstehen, dass frühere Stollen im Untergrund kollabieren und dadurch seismische Wellen initiieren, die wiederum für Schäden in der bebauten Umwelt hervorrufen können. Und deshalb erscheint es als unbekannt. Kaskadeneffekte. Es mag gut sein, dass einzelne Naturgefahren Folgewirkungen hervorrufen, die auch in Regionen auftreten, die sehr weit vom initialen Auslöser entfernt sind und auch sehr zeitversetzt sein können. Wenn beispielsweise eine große gravitative Massenbewegung ein Tal blockiert, sich in der Volke ein Fluss aufstaut und oberhalb einen See bildet und dieser dann durchbricht, wenn er diese niedrigste Stelle der Blockade erreicht hat und sich dann sehr schnell entleert, dann führt das zu einer noch nie erfahrenen Überschwemmung, teilweise hunderte Kilometer entfernt und mit mehreren Wochen Verzögerung. Und deshalb erscheint es als unbekannt. Sich diesen Unbekannten in all seinen Facetten möglichen Auftretens in der Prävention zu begegnen, das erfordert einen sehr umsichtigen Umgang. Traditionell ist das Katastrophenmanagement darauf ausgerichtet, auf das zu reagieren, was die Gesellschaft schon erfahren hat, was sie also kennt. Und eben darauf präventiv zu reagieren. Aber sich auf das vorzubereiten, was bisher in dieser Form noch nie erfahren wurde, das ist die wirkliche Herausforderung im präventiven Katastrophenmanagement. Und deshalb muss man sich intensiv damit auseinandersetzen, was potenziell passieren kann. Und dies beinhaltet präventiv die Möglichkeiten des potenziellen Auftretens zu analysieren. Dies beinhaltet die Gebiete zu charakterisieren, aus denen die Auslösung erfolgen kann, sowie die Räume abzugrenzen, in denen potenzielle Auswirkungen zu erwarten sind. Und es gilt zu prüfen, welche Auslösemechanismen notwendig wären, um die Naturprozesse zu initiieren. Und auf dieser Kenntnis muss überprüft werden, ob die bestehenden Konzepte der Bewältigungs- und Anpassungsstrategien ausreichend sind, mit dem bisher Unbekannten umzugehen. Und solche Szenarien sind essentiell. Die existierenden Konzepte und Strategien müssen so robust sein, dass sie auch auf das bisher Unbekannte anwendbar sind und eine bestmögliche präventive Vorbereitung ermöglichen. In diesem Sinne kann ich nur alle dazu auffordern, denke das Undenkbare. Wenn man das denkt, dann ist man bei der Prävention auf dem richtigen und nachhaltigen Weg. Auf das, was wir kennen, können wir uns gut vorbereiten. Das Neue, des bisher Unbekannten, überrascht uns und sorgt vielerorts für katastrophale Auswirkungen. Und uns auf das, was wir noch nicht kennen, vorzubereiten, das ist eine der größten zukünftigen Herausforderungen.